Der Letzte haben wir auch wieder mal eine Ausschlüge gemacht, drei Kollegen, und ich, also das Dritte, sind wir gesehen. Dann auf Zürich runter, am Montag um halb sechs bin ich schon wieder daheim gewesen. So hat meine Frau zu mir heilt und zack, duhst du nicht aus, du bist krank? Sag ich, nein, nein, aber weißt du, die anderen zwei, die jene, zwei sind in ein Freudenhaus gegangen. Ich denke, das ist nichts für mich, dann sagt sie, und wenn wir das nächste Mal wieder gehen, dann gehst du schnell mit, nicht, lass die Leute nur das Gefühl, wir vermögen jetzt nichts.